Können Sie bitte erklären, was bedeutet die Linke oder sag etwas über die Linke? Genau. Die Linke ist eine Partei, die sich einsetzt gegen Nazis, die sich einsetzt gegen Armut, also dafür, dass alle Menschen mehr Geld haben und von ihrer Arbeit leben können. Und die Linke steht dafür, dass die Menschen gemeinsam mit Freiheit leben können, egal wen sie lieben, egal wo sie herkommen, egal wo sie wohnen. Und dass sie nicht mehr arm sind. Alles klar. Das hier sind Graffiti der sowjetischen Befreier. Als die Sowjetunion 1945 Berlin befreit hat vom Faschismus, haben die so Graffiti hier aufgeschrieben, haben gesagt, ich war hier, also wie wir das heute machen würden. Nur das ist halt die Rote Anleber. Alles klar. Weiter, wir sind hier in die Linke Raume und... Genau, das ist der Raum, wo die Linksfraktion im Bundestag bespricht, was sie im Bundestag als nächstes machen. Okay, aber wie oft treffen die Leute hier? Einmal in der Sitzungswoche mindestens. Alles klar. Hier ist es die Politiker? Genau. Alle sieben Politiker? Alle sieben Parteien, genau. Okay. Und 709 Politiker, die im Bundestag sind. Wenn etwas sehr wichtiger ist? Dann wird hier diskutiert. Okay. Wir sind hier im Bundestag. Wir sind hier in der ersten Brücke. Also, ja. Und es gibt verschiedene Bäume. Hier ist ein Bundestag und hier ist ein Bundestag. Hier ist es die Politiker? Genau. Die alle sieben Politiker? Alle sieben Parteien, genau. Okay. 709 Politiker, sieben Parteien. Wenn etwas sehr wichtiger ist? Dann wird hier diskutiert. Okay. Heute haben wir noch Parteien. Also, ganz links sitzt die Linke. Daneben sitzen die... Aber jede Partei hat seinen einzigen Sitzer hier, oder? Genau. Genau. Also, wie gesagt, es ist aufgeteilt. Ganz links ist die Linke, dann die SPD, die Grünen, die CDU, die FDP und die AfD. Warum es ist nicht gefärbt, zum Beispiel, SPD ist falsch? Weil ja alles blau ist. Das weiß ich. Leute, wir sind hier in der linke Raum und... Genau, das ist der Raum, wo die Linksfraktion im Bundestag bespricht, was sie im Bundestag als nächstes machen. Okay. Aber wie oft trefft die Leute hier? Einmal in der Sitzungswoche mindestens. Alles klar. Und gerade hier? Genau, da drin. Und die hier ist Bundestag, 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 Bundestag. Bundestag, Bundestag, Bundestag. Okay. Das ist größer als man denkt, ja. Und hier wohnt der Hake. Michael wohnt hier? Ja, und arbeitet da. Also, das ist das Kanzleramt. Okay. Und wenn man will hier kommen, man kann unter den Tunnel gehen und hier, oder? Hier gibt es keinen Tunnel. Nein, es gibt Tunnel hier zwischen den Gebäuden, aber nicht zum Kanzleramt. Nicht offiziell. Nein. Das war früher der Tunnel hier. Die Tunnel? Genau. Also wir sind hier gerade in einem Tunnel zum Reichstag. Okay. Früher sah der so aus. Und dann haben wir beschlossen, wir machen den ein bisschen größer. Ach so. Und das ist für die Ernährung. Die Leute können das nicht vergessen. Genau. Hier ist für die Kommitee. Genau. Und da hinten ist, wo Merkel arbeitet. Da hier? Ja. Das Gebäude ist das Kanzleramt. Okay. Alles klar. Und was bedeutet dieses Fall? Das ist Kunst. Okay. Ja, sieht zu nah aus. Leute, heute, wir sind hier in Bundestage und wir sind hier in Politik, wo die Politikleute mag Termine, Michael und andere Leute. Was kann man hier wissen, was passiert hier, wenn die Politik hat einen Termin? Hier ist der Plenarsaal vom Deutschen Bundestag. Das heißt, hier sitzen Politikerinnen und Politiker und diskutieren über Gesetze und machen dann auch die Gesetze. Und wir haben uns gedacht, wir gehen uns das mal von der Hand anschauen. Alles klar. Wenn du will alles wissen über Bundestag, die ganzen Videos, komm in meine YouTube-Kanale. Ja. Ich bin heute hier mit Felix von der Partei Die Linke. Alles klar, denn Felix. Eingegangen? Ja. Dann sind wir darüber gegangen. Dann sind wir zurück nach da. Okay. Und dann sind wir einmal unten durch und jetzt sind wir hier. Okay. Ja, Leute, jetzt, wir sind hier auf dem Decker, wie ganz Deutschland sehen. Wir sind hier in Bundestage. Wir sind hier in der ersten Brücke. Also, ja. Und es gibt verschiedenen Bäume. Hier ist einer Bundestag und hier ist einer Bundestag. Ist einer? Das sind vier Boote. Okay. In schwarz, rot, gold und blau für Europa. Also Deutschland fahren und europäische fahren. Okay. Und die haben sich früher bewegt und dann irgendwann ist eines runtergefallen und deswegen bewegen sie sich nicht mehr. Das bewegt nicht? Ne, weil eines ist runtergefallen, als sie sich bewegt haben. Und dann haben sie gesagt, ah ja, das ist vielleicht lebensgefährlich. Vielleicht sollten wir damit aufhören. Und dann sind wir reingegangen? Ja, dann sind wir da rübergegangen. Dann sind wir zurück nach da. Okay. Und dann sind wir einmal unten durch und jetzt sind wir hier. Okay. Leute, jetzt wir sind hier auf dem Decker, wie wir ganz in Deutschland sehen. Wir waren im Bundestag jetzt und jetzt wir gehen nach Hause und wir waren hier drinnen. Und wir waren auch hier drinnen in den Tunnel auf dem Boden wie U-Bahn. Also, ja, und jetzt wir waren auch hier und wir gehen nach Hause jetzt. Danke für deine Zuschauer und Abonnent für mehr Videos, okay?